Musik Herzlich Willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren hier bei uns am Rhein. Ich bin Fritz Georg Dresen, der Inhaber des Rheinhotels Dresen. Ein Hotel, das meine Familie seit 126 Jahren schon führt. Wir haben das gesamte 20. Jahrhundert erlebt. Ein Haus voller Geschichte, Tradition und Atmosphäre. Wir haben 70 Zimmer, ein Restaurant mit 80 Plätzen und zahlreiche Salons mit Blick auf den Strom und auf das sagenumwobene Siebengebirge. Uns macht es hier sehr, sehr viel Spaß zu arbeiten und für Sie da zu sein. Wir hoffen, Sie alsbald hier zu sehen und wir hoffen, dass es Ihnen auch Freude machen wird. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020